Hallo zusammen, mich hier ist wieder euch Jala und herzlich willkommen für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar gibt es heute einen kleinen Videoguide zu einem Rätsel. Und zwar ist das das Rätselpad Yenafur. Das ist eines der letzten Pads, die mir noch fehlen, beziehungsweise wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch auch noch. Und zwar haben wir das hier unten. Yenafur Rätselpad seit, glaube ich, 8.2.5 offen im Spiel und wurde jetzt heute quasi gelöst am 14. Und ja, wir holen uns das heute zusammen. Und wir gehen jetzt die einzelnen Schritte durch. Ich hole mir das jetzt quasi auch im Video direkt. Und ich würde sagen, wir starten. Und dazu müssen wir als allererstes hier einmal nach Kalendor. Und zwar in das Eschental. Und hier sind wir ganz weit unten, hier bei den Koordinaten 17 und 49. Und dort haben wir ein NPC stehen. Die Armada. Und die müssen wir anquatschen. Und das ist der erste Schritt, den wir brauchen. Und wenn wir die anquatschen, dann haben wir quasi schon das erste erfüllt. Den Dialog haben wir hier zwar trotzdem noch. Was hier bei ihr steht, dass sie sich quasi um ihre Katzen kümmern muss. Also sprich, Yenafur ist ja eine Katze. Das ist schon so mal der erste Hinweis. Und wir haben uns auch ein Makro rausgesucht. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Das habe ich von WoW Head. Da werde ich euch den schriftlichen Guide auch einmal unten in der Videobox verlinken. Darüber mache ich das jetzt auch gerade. Weil da haben nämlich die Leute von WoW Head die Sachen von der Discord-Community zusammengefasst. Und ja, da werden wir jetzt so nach und nach die Steps abarbeiten. Ihr seht, wenn wir das Makro eingeben, dann haben wir zwei Punkte. Einmal hier den NPC. Den haben wir jetzt gerade erfüllt. Also dann. Und dann haben wir CCL. Das ist die Crazy Cat Lady. Und da werden wir uns jetzt als nächstes hinbegeben. Denn da ist dann der zweite Step, den wir absolvieren müssen. Das Makro werde ich euch auch in die Infobox reinposten. Dann könnt ihr quasi ganz einfach euch das auch holen. Ich bin jetzt gerade am gucken, ob ich es euch auch hier zeigen kann. Hier genau. Das ist das Makro. Wie gesagt, das könnt ihr euch dann einfach unten aus der Infobox rauskopieren. Auch einfach in den Makro rein. Und dann seht ihr quasi, habe ich das jetzt abgeschlossen oder habe ich es jetzt nicht abgeschlossen. Genau. So, dann sind wir jetzt zum zweiten Punkt gesprungen. Und zwar als nächstes müssen wir jetzt in die östlichen Königreiche und hier in den Wald von Elvin. Da sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 44, 52. Und dort ist ein Haus. Und das ist das Haus der Katzenlady. Und da müssen wir jetzt einmal rein. Und hier sehen wir sie schon. Das ist die, die uns verschiedene Katzenkäfige verkauft. Die brauchen wir aber nicht. Sondern, wenn wir jetzt den ersten Schritt abgeschlossen haben. Also da können wir nochmal checken. Hier, Makro, erster Schritt abgeschlossen. Dann können wir hier mit dem leeren Teller interagieren. Und das werden wir jetzt auch tun. Drücken wir einmal hier drauf. Den müssen wir nämlich untersuchen. Und wenn wir den untersucht haben, dann müssten wir jetzt, ja, Makro nochmal gedrückt. Haben wir beide Sachen als dann abgeschlossen quasi. Und dementsprechend können wir jetzt weiter nach Karasan gehen. Übrigens, so als kleine Randnotiz. Wenn ihr in den schriftlichen Guide von WoW Head rein schaut, wird es auch noch ein bisschen besser erklärt. Aber hier unten sind zwei so kleine Punkte. Und irgendwie markieren die dann das nächste Ziel. Und das nächste Ziel, ich spoiler jetzt hier schon mal an der Stelle, ist Karasan. Wie die Leute da drauf gekommen sind, keine Ahnung. Ist jetzt aber auch nicht relevant für den Guide. Ich denke mir, ihr wollt nur die Katze haben. Und ja, ich würde sagen, wir werden uns jetzt weiter nach Karasan begeben. So, dann sind wir am dritten Punkt angelangt. Und zwar, wie ich schon sagte, nach Karasan müssen wir. Also einmal wieder östliche Königreiche. Und dann haben wir hier unten den Gebirgspass der Totenwinde. Und hier sind wir bei den Koordinaten 47, 70 in etwa. Und wir müssen nicht in den Vordereingang rein, sondern wir müssen hier in den Hintereingang rein. Da, wo wir in die Lidschen-Version reinkommen von Karasan. Und da gehen wir jetzt einmal rein. Und jetzt müssen wir nämlich runter das Opernevent einmal spielen. Und nach dem Opernevent geht es dann weiter. Ich würde sagen, das skippen wir jetzt einmal nach vorne. So, jetzt sind wir am nächsten Punkt. Und zwar sind wir jetzt unten in der Oper. Oder in dem Opernsaal. Und ihr seht schon, ich habe hier alle Mobs weggehauen. Dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Wir sind ja am Anfang hier reingelaufen. Warte, wir zeigen jetzt nochmal, hier ist der Instanzeingang. Da waren wir ja eben, sind reingelaufen. Hier durch. Laufen hier runter. Hier die Treppe runter. Hier rum. Dann sind wir quasi hier unten in dem Opernsaal. Da ist immer ein anderes Event. Das haut ihr um. Lauft einmal hier durch. Unten durch. Die Treppe hoch. Und dann seid ihr hier in dem Saal. So, und wenn ihr hier in dem Punkt seid, dann cleart ihr einfach jetzt mal hier alle Mobs weg. Ihr cleart hier alle Mobs weg. Macht mal hier diese Räume so frei. Haut einfach mal alle Mobs um, um das so ein bisschen vorzubereiten. Dann könnt ihr hier runterspringen oder hier die Treppe runtergehen. Und killt hier unten vor Morales noch was weg. Und hier auch noch weg. Also wir killen hier alle Mobs weg. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und dann können wir eigentlich loslegen. Wir können jetzt hier nochmal einmal gucken. Und zwar, wenn ihr nämlich beide Steps gemacht habt, also sprich bei diesem Makro hier, ne, beides auf Done habt, dann müsstet ihr, wir scrollen jetzt hier einmal ganz hin, müsstet ihr hier quasi so kleine Dinge auf dem Boden sehen. Die sind nicht relevant für euch, ja, aber die tauchen erst dann auf und hier drüben haben wir die auch nochmal, ne. Also hier auch so kleine Punkte. Die zeigen uns, was wir jetzt gleich aufsammeln müssen, beziehungsweise wo. Also das ist hier und hier. Wichtig ist es nicht, ihr könnt es einmal checken. Nicht, dass ihr dann die Sachen hier seht. So, was müssen wir jetzt hier machen? Und zwar, wir müssen bestimmte Sachen aufheben. Und zwar können wir diese Sachen nur aufheben, wenn wir die beiden Schritte davor gemacht haben. Und dieses Zeug, was wir aufheben können, das müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge auf diese Platten hier legen. Also ihr seht, das ist hier so ein Karofeld quasi, beziehungsweise so ein Rechteckfeld hier. Und Karo ist anders, rechteckig sind es. Und da müsst ihr gucken, dass ihr bestimmte Sachen drauflegt, ja. Und wir müssen uns jetzt ein bestimmtes Essen holen. Das können wir uns hier in Karazan jetzt aufklauben und das bestimmt drauflegen. Und da habe ich jetzt schon mal von www.het die Bilder rausgesucht. Und zwar muss das so aussehen am Ende. Heißt, wir haben hier verschiedene Fleischsachen und Fischdinge, die wir hier hinlegen müssen. Ihr seht, das sind insgesamt, glaube ich, acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dieses Zeug können wir uns holen. Und hier gibt es auch eine Route, wie wir uns am besten holen können, weil es gibt ewig viel Zeug. Also es gibt nicht nur diese Fleisch- und Fischsachen, sondern es gibt alle möglichen Brote, alle möglichen Früchte, Orangenzeug. Die brauchen wir alle nicht. Wir müssen nur diese Sachen holen. Und das geht auf Zeit. Wie gesagt, wenn wir das aufnehmen, haben wir fünf Minuten Zeit und dann ist es quasi verfällt im Inventar. Und das Zeug klauben wir jetzt auf, gehen hier hin, legen es richtig hin und dann müsst ihr hier noch vorkommen. Das ist eigentlich das ganze Ding an der Geschichte. Und ich würde sagen, wir starten da jetzt durch. Ich habe, wie gesagt, alle Mobs vorher weggeräumt. Und was ich auch gemacht habe, schon mal die Sachen gemarkt. Also ich habe mir Raid Marks hingestellt. Deswegen bin ich mit meinem Twink-Char in eine Gruppe gegangen. Dass ich hier quasi die Raid Marks habe. Und ihr seht schon, hier steht ein Raid Mark, dass ich es einfach ein bisschen besser sehe. Das würden wir uns jetzt nicht hier blamieren. Das wird jetzt mein erster Run. Mal gucken, ob ich es auf das erste Mal direkt schaffe. Also wir stehen jetzt hier unten bei Moraws. Und hier werden wir jetzt dann gleich durchstarten. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier die Katzen gestalten. Dann sind wir ein bisschen schneller. Alternativ könnt ihr natürlich auch noch irgendwelche Speedpots nehmen, falls euch das jetzt nicht ausgeht. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Das erste haben wir aufgesammelt. Dann können wir hier das zweite aufsammeln. Das dritte. Dann hauen wir jetzt hier meinen Speed rein. Also drei Dinger waren unten. Die haben wir wie gesagt gemarkt. Dann gehen wir einmal hoch. Hier haben wir das nächste liegen. Das sammeln wir jetzt auch auf. Dann ziehe ich jetzt hier meinen Raw. Haben wir Nummer 4 aufgesammelt. Dann Nummer 5 ist hier auf dem Tisch. Zack, aufgesammelt. Nummer 6 ist der Fisch, der hier liegt. Fischstück. Dann müssen wir jetzt hier in den kleinen Raum rein. Übrigens, die Karten werde ich euch auch nochmal alle verlinken. Also da keine Sorge. Hier war es hinter dem Stuhl. Habt ihr gesehen? Das Fleischstück. 7 und das müsste Nummer 8 sein. So, dann haben wir alles, oder? Also wir haben zweimal Fisch. Wir haben zweimal diesen Kurbel. Das haben wir. Das haben wir. So, ihr seht. Also zweimal Fischstückchen. Dann haben wir das Steak zweimal. Die Keule haben wir zweimal. Die Rippchen haben wir einmal. Und das fleischige Häppchen haben wir auch einmal. So. Das ganze Zeug hält jetzt noch 4 Minuten, 5 Minuten. Okay, wir sind relativ schnell. Jetzt müssen wir es hinlegen. Richtig, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das, ähm, ob ich das hinbekomme. Jetzt der Vorführeffekt. Also, ich habe jetzt die Map vor mir. Scroll mal wieder maximal raus. Und jetzt muss ich gucken, dass ich richtig anfange. Also hier muss, glaube ich, das Erste hin. Nach außen. Und zwar muss hier einmal die Keule hin. Jetzt benutzen wir hier einmal mittig die Keule. Okay. Dann haben wir hier das Nächste. Und da muss das hier hin. Und zwar hier hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es verkacken werde. So, das Nächste ist das Fischding. Wir müssen das jetzt eigentlich einigermaßen schnell machen. So. Dann haben wir das Fleisch. Das muss aufs Nächste drauf. Hier hin. Dann haben wir hier, ähm, das hier. Das kommt da drauf. Dann müssen wir hoch, ein Feld, zwei Felder, drei Felder und eins rüber. Also auf das Feld hier. Und da müssen die Rippchen hin. Die Rippchen. Dann muss hier oben die Keule. Und jetzt muss hier noch der Fisch hin. So. Yenna fuhr me out. Und es kommt ein Sound. Habe ich das gerade aufs erste Mal hinbekommen. Der Stream kann es bezeugen. Ich habe hier nicht mehrere Aufnahmen gemacht. Das hat jetzt echt geklappt. Ach. So, und jetzt kann man sie anklicken. Gut, dass ich es gemarkt habe. Ne? Also Uni, die mag es. Wenn ich dann hätte suchen müssen. Und wir haben Yenna fuhr. Easy. Also es war kein Stress. Wie gesagt, die Bilder und den schriftlichen Guide von WoW Head, wo ich das jetzt auch quasi gebastelt habe, den werde ich euch verlinken. Auch das Makro. Und dann könnt ihr Yenna fuhr euch auch euer eigenen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell mit den einzelnen Punkten hier unten. Aber ihr könnt das Video immer zwischendrin stoppen, wo die Sachen lagen. Ich habe ja da auch schön die Marks draufgestellt. Ich würde sagen, wir packen jetzt Yenna fuhr einmal aus, dass wir sie uns angucken können. Halt, nicht Pet Battle. Wir wollen sie beschwören. Yenna fuhr. Ich habe gesagt, beschwören. Geht das jetzt in der Katzengestalt? Okay, irgendwie will Yenna fuhr nicht. Warte mal, dann gehen wir mal ganz nach oben und packen sie mal aus. Wir wollen sie natürlich selbstverständlich einmal angucken. Wo haben wir sie? Hier Yenna fuhr. Okay, irgendwie hat es nicht geklappt vorhin. Gut, jetzt haben wir die Katze hier. So specialig sieht sie jetzt eigentlich nicht aus. Also ich will jetzt kein Bodyshaming machen, aber ist die ein bisschen fett, die Katze? Was ist denn mit ihr Garfield 2.0? Seht ihr das? Die ist also, ne? Ich sage ja immer, schaut mir das schöne Mond an. Also ich finde, die sind ein bisschen deformiert. Was ist denn das für eine Katze? Okay, auf jeden Fall haben wir sie. Schön ist sie jetzt nicht unbedingt. Das kann ich jetzt nicht schön reden. Aber süßes Kätzchen. Und damit haben wir auch das Yenna fuhr-Rätsel gelöst. Wir können jetzt gerne nochmal gucken, wo die Marks standen. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen schnell gemacht, weil wir auch unter Zeitdruck sind. Und zwar seht ihr hier, die Marks haben wir da aufgestellt. Also hier relativ nah bei Moroes war das Erste. Dann hier unterhalb der Treppe, ein bisschen links von der Treppe war das Zweite. Das Dritte war hier auf dem Tisch, auf der Platte gelegen. Und dann, wie gesagt, nach oben. Also ich glaube, die Zeit, auch selbst wenn ich es jetzt während dem Video erklärt habe, hat eigentlich ausgereicht. Ein Kollege hat mir gemeint, Speedpods sind von Vorteil. Gut, ich bin das Katze jetzt einen Ticken schneller, habe zwei Sprints, die ich benutzen kann. Aber ich denke mir, ihr müsst es eigentlich auch ohne Speed-Sachen schaffen. Hier war halt dann das Vierte, bei dem Teppich, relativ mittig gelegen. Und dann einmal hier um die Ecke. Das Fünfte war hier auf diesem kleinen Stapel mit den Büchern. Dann hier neben der Büste, links davon, das, jetzt haben wir mich verzählt, keine Ahnung, das wievielte? Das Sechste, glaube ich, waren wir jetzt. Dann das Siebte hier hinterm Stuhl, ne, im letzten Raum. Also hier der Letzte ist es. Und dann das Achte hier vor dem Stuhl, auf dem kleinen Podest, die gelootet. Und dann, wie gesagt, habt ihr ja das eine Bild. Nach dem habe ich es jetzt auch gemacht. Einfach die Sachen hinlegen. Und dann habt ihr euer Pad. Einfach, ähm, dann kommt dieses Miauen, ne, habt ihr ja eben gesehen. Und dann kann man hier nach vorne anklicken. Ihr habt es. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem Guide. Ich bin, wie gesagt, sehr stolz auf mich, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe. Und ich drücke euch die Daumen, dass bei euch das genauso schnell geht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Probleme habt mit der Zeit, da hinzukommen, Speed-Ranke sind von Vorteil. Oder ihr macht es halt mit einem Druid oder mit irgendeiner Klasse, die relativ schnell ist. Das würde es sicher anbieten. Gut, dann sind wir an der Stelle am Ende von einem kleinen Video. Noch kleine Randinformationen. Mich freut es jetzt sehr, dass das Pad noch vor BFA, äh, vor Shadowlands, so. Jetzt haben wir das richtige Add-on rausgekommen ist. Da hatte ich die Befürchtung, dass das quasi nicht mehr gelöst wird. Da nochmal meinen Hut gezogen vor dem Secret-Finding-Discord, die da ja immer sehr dran sind, sowas zu finden. Ich hätte das persönlich selbst nicht rausgefunden. Und ja, dann sehen wir uns, wenn es wieder was Neues gibt. Euer Tila, bis dann. Ciao.